Moin Pyrus und herzlich willkommen zu diesem Test von den Schimanko Schredni Bombenrohren von Funke aus der East Carlyte. Das wahrscheinlich beste Salutebombenrohr auf dem deutschen Markt und wir zünden es mitten in der Stadt an den Locations wo es halt so richtig rumpst. Viel Spaß beim Test. So jetzt kommen wir zum Test der Schimanko Schredni 1 und 2. 1 ist der blaue, Yelp ist der 2. Wir haben eben schon eingetestet. Die Dinger sind böse, die sind sehr, 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 sehr böse. Aber schauen sie uns jetzt noch mal an. Alter, alter, das hört sich sowas von nicht gesund an. Und der gelbe, Boah, sind die heftig. Absolute Empfehlung. Geile Teile. Schaut gerne mal ein bisschen wieder rein. Hö Belg Hö Belg Vielen Dank.